Hallihallo, hallöle, es ist ABG Maker Festival 2024, yay, okay, Spaß beiseite, äh, okay, nein, aber jetzt mal ernsthaft, ähm, es ist ABG Maker Festival 2024 auf Steam, und ja, ich wollte eigentlich eine Pause machen, eine YouTube-Pause, aber ich mach jetzt mal eine klitzekleine Ausnahme, und es gibt auch noch ein paar Infos, was nach meiner Pause passiert, also bleib dran, okay? Okay, so, okay, ABG Maker Festival 2024, machen wir erstmal das, ganz einfach, was bedeutet das, auf Steam sind aktuell die ABG Maker runtergesetzt, ähm, die sind im Sale, und auch die ABG Maker Spiele sind teilweise im Sale, also, da guckt auf jeden Fall mal rein, To The Moon kann ich jedem empfehlen, und The Witch's House fand ich eigentlich auch ganz cool, tatsächlich, ähm, und viel, Viel, viel besser ist natürlich, der ABG Maker ist für kurze Zeit komplett kostenlos, der ABG Maker XP ist komplett kostenlos, 0 Euro, also, wer den jetzt nicht nimmt, dem kann ich nicht helfen, und da kommt jetzt eine kurze Info, was wir machen, wenn ich wieder da bin, jetzt, wo er nämlich kostenlos ist, könnt ihr den nämlich alle runterladen, Und, dann würde ich mit euch zusammen, ein Community Projekt machen, mit dem ABG Maker XP, also, wer darauf Bock hat, wer Bock hat auf das Community Event, äh, auf das Community Projekt, sorry, auf das Community Projekt, was wir gemeinsam mit dem ABG Maker XP machen, Schreibt es in die Kommentare, dass ihr da mega Bock drauf habt, ladet euch das Ding kostenlos runter, ihr müsst nichts bezahlen, und ihr könnt bei einem coolen Community Projekt mit mir mitmachen, ähm, schreibt in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt, und dann besprechen wir das, Sobald ich wieder YouTube Videos mache, streame, etc., etc., dann besprechen wir das mal live in einem Stream, äh, machen wir mal, arbeiten wir mal ein cooles Konzept aus, und, ähm, dann machen wir was cooles mit dem XP, und jeder von euch kann den runterladen, und kann mitmachen, okay, nach meiner YouTube Pause, Community Projekt, okay, wir machen ein kleines Community Projekt, aber dafür habt ihr dann viel Zeit, also, ähm, Ähm, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, den ABG Maker XP lernt ihr innerhalb von ein paar Monaten, und dann habt ihr immer noch ein paar Monate Zeit, wir machen das Community Projekt, das wird ein bisschen länger laufen, okay, äh, macht euch da jetzt keine Gedanken, gut, zurück zum Festival, und, ja, die ABG Maker sind sehr runtergesetzt, also könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen, und das Ganze geht jetzt bis 19. Februar, am besten ihr schlagt sofort zu, ähm, dann vergesst ihr es nicht, weil wenn ihr es jetzt aufschiebt bis zum 19., dann habt ihr es irgendwie vergessen, ist ja auch Blödsinn, ähm, ja, einfach gleich zuschlagen, und dann ist alles in Ordnung, ist keine bezahlte Werbung, oder irgendwas, ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen zuschlagen, es gibt auch irgendwelche DLCs, und so, die, da werde ich mal rein stöbern, was es alles gibt, also, ja, hier oben gibt es dann auch den DLC-Tab, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt alle sind, die im Angebot sind, aber ich denke mal nicht, ähm, wie gesagt, ich werde mich da auch mal rein fuchsen, was alles so runtergesetzt ist, und vielleicht hole ich mir auch das ein oder andere DLC, oder, die ABG Maker habe ich ja leider schon alle, oder ein paar andere Sachen, mal gucken, okay, cool, wenn ihr mir, ähm, irgendwelche Spiele, die gerade im Angebot sind, empfehlen könnt, ähm, dann immer raus damit, vielleicht hole ich mir davon ein paar, okay, also, ciao, schreibt in die Kommentare, lasst Kommentare da, lasst liebe Worte da, ich, ich freue mich über jedes liebe Wort, ähm, ja, und ein Like wäre auch nett, danke, tschaui, und jetzt geht meine Pause weiter.